Ich grüße euch aus dem Weinviertel und ich darf euch heute mitnehmen, wie wir unsere Weinflaschen verpacken. Das Verpacken ist bei uns Handarbeit, das heißt wir können auch auf Wünsche von unseren Kunden eingehen. Gerade jetzt zu Weihnachten verschwinden wir unsere Kartons auch mit einem Garn und einem Weihnachtszweigerl. Wir haben auch 1er Kartons und 2er Kartons mit der Aufstricht Österreich Wein, um den Beschenkten schon wissen zu lassen, dass sich ein österreichischer Qualitätswein dahinter verbirgt. Neben dem Versenden von Weinen kommen auch Kunden zu uns aufs Weingut und können einen persönlichen Einblick von uns bekommen. Je mehr der Kunde von uns als Winzer über das Flaschall Wein erfährt, desto mehr kann er auch selbst dann im Wein das schmecken oder es weitererzählen. Wir freuen uns auch euch schon bald, ein Flaschall österreichischen Wein zuzusenden.